Liebe Weihnachtsmarktbesucher, ich habe eine gute Nachricht für euch. In einigen Minuten wird der Weihnachtsmann hier zu uns kommen. In einigen wenigen Minuten wird der Weihnachtsmann hier zu uns kommen. Liebe große und kleine Kinder, hier bei uns eine kurze Pause einlegen. Und von dort an, alles klar. Also, eins, zwei, drei, Seilmachtsmann! Seilmachtsmann! Nein! Ja, 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 halt, 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 ich glaube, ich höre ihn! Ja, 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 mein kleiner Junge, guck mal so! Wir haben noch viel zu tun! Ho, ho, ho! Oh, siehst du die Kinder dort unten? Lass uns hier eine Pause machen. Hallo, Kinder. Ich habe schon einen langen Weg hinter mir, aber einen noch viel längeren vor mir. Aber zu klein will ich euch mal seine Geschichte erzählen. Wie ihr ja sicher wisst, wohne ich am Nordpol. Auch Rudolf wohnt am Nordpol. Aber er war nicht immer so glücklich wie heute. Er war früher nicht so schön. Viel kleiner als die anderen Rentiere. Mit einem mickrigen Geweih. Und was das Allerschlimmste war, Rudolf hatte eine knare Reute nach mir. Als ich vor vielen, vielen Weihnachten wieder mal mit meinen Rentieren und den Engeln, welche mir halfen, die Geschenke zu verteilen, losziehen wollte, zog ein so starker Nebel auf, dass ich die Hand vor Augen nicht mehr sehen konnte. Die Rentiere konnten auch nicht mehr sehen und rannten wild durcheinander kurz um. Ich musste die Reise abblasen. Hätte da nicht jener kleine Engel eine Idee gehabt? Eine Weile verging, dann leuchtete plötzlich ein rotes Licht in der Dunkelheit auf, das sich schnell näherte. Hier bin ich wieder, rief der kleine Engel. Die Reise konnte nun doch noch beginnen. Und alle waren überglücklich. Rudolf ist seitdem jedes Jahr das Leittier vor meinem Schlitten, weil keiner diese Aufgabe besser ausführen kann als er. Und niemand hat sie je wieder lustig gemacht über seine rote Nase. Und alle waren überglücklich. Musik Musik Musik